Musik Niemand hat die Absicht, eine Macht zu erwischen. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Wir wollen raus! Wir wollen raus! Auf dem 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Musik Das drückt nach meiner Kenntnis Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Das Schicksal eines jungen Journalisten, das es so nie gab in dem doch so realen Umfeld der deutschen Geschichte. Grenzgänger. Ein Roman von Thomas Pohl. Musik